Die Brüder der Verderbnis erwecken ihre Toten an der Heile! So, wir können so Feuer spucken, wobei das eher so grünlich ist. Alles klar, dann mal los! Entflieht der Verderbnis! Entflieht dem Unheil! Talion, wir müssen die Ghoulhügel zerstören, nur dann werden sie nachlassen! Japp, japp, japp! Oh, hinter mir ist was! Machen der hier rumklettern? So, so ein paar kleine! Oh, wie süß! Ich hab gedacht, das sind die Karanors! So, wir können nachher rüberspringen! Guck, ob das reicht! Jawoll! So, meine Freunde! Ah, scheiße, ich kann mich nicht bewegen währenddessen! Ah, ihr könnt ja gar nicht mal so ein bisschen auf mich zukommen! Was ist denn los mit euch? So, ganz ruhig! Machen wir die hier noch so ein bisschen! Und dann können wir ja absteigen! Vielleicht gibt er mir ein bisschen Rückendeckung! Oh! Was macht wer hier? So, oh nein! Die Kleinen sind da schon mies! Hat das jetzt gereicht? Doch schon! Guck, der tut mich auch so ein bisschen verteidigen! Danke dafür! So, und wir düsen mal weiter! So, der eine ist schon wie in die andere Richtung! Aber den machen wir ja am Schluss dann! So, da läuft es so einer einzeln rum. Hurra. Alter, hier sind ein paar. Alter Falter. So. Ich gehe mal runter. Ein bisschen Entdeckung. Oh, hat schon ein bisschen was abbekommen. So, ich gehe mal ein bisschen weiter. Er hat schon die Hälfte verloren. Wobei, wir sind ja schon bei 66%. Hallo. Hallo. Dankeschön dafür. Kann ich einfach umhauen, gell? Einfach so drüber laufen. So, in einer ganz anderen Ecke hier. Oh, pass ich hier durch. So. So. Ah, hier hoch. Hätte ich jetzt nicht unbedingt klettern müssen. Der Weg hätte auch gereicht. So. So. Lass mich mal ein bisschen den Flammen. Dann gehe ich mal wieder runter. weiter. So. Ah. Oh, wir haben hier. Oh, wir haben hier doch noch irgendwas. was. Ich glaube hier unten. Okay. Ah. geht ja relativ schnell. So. Nun gut. Okay. Ah. da mit dem Schatten aufsitzen. Wer sind diese Bogenschützen? Morgoth. Da sehe ich jetzt auch so. Oh, scheiße. Da kommt ein Drache um die Ecke. Okay. So. Und wo sind die Totems? Er wird ganz woanders hingeschossen. So. Hier ist zum Beispiel ein Totem. Ah. Da sollte ich erstmal die drumherum so ein bisschen... fertig machen. So. Ähm. Absteigen. So. Ähm. Tschüssi. So. So. Jetzt müssen wir ja schon mal ein bisschen aufräumen. Ah. Verdammt. Also die Toten ja alle. Muss ich nochmal auswächeln. Hab gar nicht kontern. So. Nummer eins. Wäre erledigt. So. Waschkanern. Liegt gerade hier so ein bisschen rum. So. Guten Tag. Ah. Kann ich nicht. Verdammt. Ich kann gar keinen Schuss hier machen. So. Komm. Get down. Hier noch. Ist ja schonmal schön aufgeräumt. Ah. Ich verliere aber viel zu viel Leben. So. Nun. Fliegt sie gerade so ein bisschen da hinten rum. Ah. Der wird aber nicht gut getroffen. Ah. Dann brauche ich wirklich zwei Schüsse. Kann das sein. Toll. Jetzt fliegt die irgendwo da hinten rum. Darf ich da jetzt wirklich alleine hingehen? So. So weit rüber komme ich leider nicht. So. Dann muss ich es halt einmal so machen. Wenn ich einen Kanon gerade keine Zeit hat. Irgendwo da hinten stecken bleibt. Ich weiß nicht, wie viele die also noch sind. Oh. Come on. Jetzt aber. Äh. Aber da drüben sind noch so mega viele. Hier einmal. Oh. Hallöchen. Da ist sie ja wieder. Guten Tag. So. Können wir mal schön aufräumen. Oh. Hinter mir. Hier. Hier noch einer. Kann man das schön aufräumen. So. Ah. Kann man nur zwei, dreimal schießen. So. Ah. So. Wo ist noch einer? Hier ist noch einer. Ah. Hier ist noch einer. Ich glaube noch mal einer rausgekommen. Oh. Mehrere sogar. Oh. Warte. 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 Ist gut so. Ah. Verdammt. Hat mich gerade nicht gesehen. Ah. Nein. Oh. Alter. Wie viele da kommen. Gibt's ja gar nicht. Gar keine Zeit hier. Um da alles zu machen. So. Ah. Na. Ich kann nicht schießen. Mal wieder. Dann müssen wir es eben auf die andere. die altmodische Art machen. Ich blute. Ich blute. Ich blute. Ja toll. So viele Bogenschüsse. Ein bisschen übel. Na. Ich treffe ihn gar nicht richtig. Ein bisschen um die Ecke. So. Nur noch einer. Ja. Die Schützen kehren zu Staub zurück. Und Morgoth sei verdammt. Hinde Sorg und seine Akolyten und Tote. Reinige jeden einzelnen von ihnen in den Flammen. Socks Ambitionen werden nur noch wachsen. Wir müssen ihn finden bevor er seine eigene Armee erschafft. So. Okay. Ähm. Die Frage ist natürlich wie es da weiter geht. Ob wir wieder irgendwo anders hin müssen. Ja. Wieder. Wieder nach Nuren zurück. Okay. Dann bleiben wir nämlich einmal hier. Weil wir haben hier Bruce. Der vergiftete Weg. Okay. Hört sich nicht sehr nett an. Springen wir da mal hin. Waldläufer. Wir müssen schnell handeln. Folg mir. Lass mich raten. Es kam noch eine Nachricht von Bruce. Genau. Und ihr Inhalt wird dir nicht gefallen. Bruce hat ein paar deiner Jungs geschnappt und vergiftet. Er sagt, wenn du dich nicht beeilst, werden sie sterben. Wir müssen ihn aufhalten. Während du dich darum kümmerst, verfolge ich Walter Bruce. Hehe. Radbag und Grabwandler. Was für ein Gespann. Du ignorierst mich, oder? Etwa, weil ich Radbag zuerst gesagt habe? Wie steht's mit Grabwandler und Radbag? Besser? Nein. Äh, die Klappe halten. Das wäre besser. Die Frage ist, ob er mich hier voll in die Falle reinlockt. Du machst dein Ding und ich erledige meinen genauso wichtigen und heldenhaften Auftrag. Wie ist er beim letzten Mal? Besiege fünf Gegner mit Schattenangriffen. Oh Mann. Der ist sich so grad richtig blöd umgedreht. Kann ich den überhaupt, äh, hier, ähm, schleichen? Umringen? Das weiß ich gar nicht. Geht sogar gar nicht. So, dankeschön. So, äh, wir müssen hier nach oben. Darüber. Schön, wenn wir so ein bisschen wie so ein Labyrinth. Mal so ein bisschen schauen. Oh, Hallöchen. Das Problem ist, äh, ich hab keinen Schattenangriff. Äh, ich guck dir grad voll in meine Richtung. Der Blindfisch. So, jetzt kommen die in meine Richtung hier. Hänge ich mal hier hin. Ah, willst du gar nicht weitermachen? Wieso war das kein Schattenangriff? Sie hatte was besser. Ich vermisse die Festung. War ne gute Festung. So, das war doch eigentlich auch hier ein Schattenangriff. Irgendwie zählt das nicht. Hm, okay. Komisch. Was gäbe ich für einen glühenden Schürhaken in einer Hand und einem Mangon? So, komm zu mir. Gib mir ein bisschen Rückendeckung. Ach, der steht da drüben. Kötzen die da? Kötzen die da? So, noch einen. Nee, keine mehr. Ja. Als du mal auf einem Feld verblutest, vermische trockene Erde mit Karagor-Blut. Oh, da kommen welche. Achtung. Ah, das kann ich nicht machen von hier unten, gell. So weitere. Ah, verdammt. Alles verlieren, was du dir mit harter Arbeit hast. So geht es, mein Freund. So hier rüber. Okay, da kommen wir doch rüber, oder? Oh, verdammt. Okay, hat nicht gereicht. Ah, verdammt. Etwas probieren, aber es hat nicht gereicht. Doch, jetzt sogar. Und jetzt reicht es sogar. Wir haben hier sogar noch ein paar unentdeckt. So, der greift jetzt die anderen an. Nee, ach, ich bleib oben. Okay, ich hätte gedacht, ich bleib jetzt irgendwie unten. Hör auf, dich zu bewegen, hallo. Ich bin doch kein Trottel. Schnufe einer. Jo, komm mal runter. Ist der schon tot? Ist er gar nicht. Ging aber schnell. Nur direkt runter geschossen. Was war das? Was war das? Ah, verdammt. Haben es gesehen. Ja, und hier kann ich keine Explosion machen, weil es nicht brennt. Ah, verdammt. Das war zu langsam. Oh nein, ist so einer. Ah, schon. Von hinten. Kannst du jetzt nicht stehen auf den anderen. Oh, sorry, sorry. Der eine rennt weg. Okay. Oh, der ist sogar legendär hier. Ich wusste, ihr würdet kommen, Waldläufer. So, jetzt müssen wir noch da rüber. Ah, ich komm da nicht hoch, gell? Funktioniert einfach nicht. Wo rennt da eigentlich der eine hin? Ich weiß, in der sind sich auch ein bisschen egal, aber trotzdem. Der rennt einfach weg. So, hier geht es weiter nach oben. Ist hier nur einer? Moment, du bist mein. Nur einer alleine. Ja. Ah, verdammt. Ich wollte ihn runterstoßen. Wo kommt der jetzt her? Wird das eine schnelle Flucht oder eine Brötigkeit? So. Ah. Wen haben wir jetzt hier? Na, komm. Ah. Gibt's ja gar nicht. Hat der mich wirklich vergiftet? Ah, guck mal, ist fast down. Oh, der ist verflucht. Oh, der ist ja schon, glaub. Oder trotzdem den Tod? Spaß? Ich hab gar nichts gemacht hier. So, komm her. Wow, okay. Einmal Kopf ab. So, sehr schön. So, der denkt an was. Das werden wir dann im nächsten Part erfahren. Bis dahin wieder schauen und reingehauen.